Haben Sie auch jedes Mal Angst, die Stromrechnung zu öffnen? Die steigenden Preise reißen ein tiefes Loch in die Haushaltskasse. Das ReVolt Profi-Messgerät gibt unnötigen Stromfressern keine Chance. Stecken Sie den kompakten Stromprofi einfach zwischen Gerät und Steckdose. Nach der Eingabe Ihres aktuellen Stromtarifs ist der Energiekostenmesser einsatzbereit. Die Displayanzeige gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Verbrauch, die derzeitige Stromaufnahme oder die Energiekosten. Als zusätzliches Extra berechnet das Messgerät den potenziellen CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde. Dabei unterscheidet es sogar, ob Sie Öko-, Atom- oder normal produzierten Strom beziehen. Der Energiemonitor spürt selbst den kleinsten Standby-Verbrauch auf und gibt seine Prognosen ab. Es wird Zeit, dass Sie den versteckten Stromfressern den Saft abdrehen.